Nein! Aua! Warte, Hitler! Lander von den Low! Ich hab sie noch getroffen! Ja, Äh, Aish ist auch noch Low! Ja, äh, Aish ist auch noch Low! Also jetzt, gleich! Wenn wir da jetzt zu dritt hingehen, ist sie Low! Bin hinten! Schön! Oh oh! Doch, eigentlich war das eine Vierfachtöter! Wollte ich nochmal so gesagt haben! Ja, ist ja okay, du bist gut! Ja, endlich mal! Ich kann ja nicht nur Scheiße bauen! Toll! Geht weg! Oder? Ist ja weg! Du weißt, wann du es meiten musst, ja? Ungefähr so, ja! Willst du den haben, oder? Ja, ja! Bitte, ja! Ah ne, ich hab noch! Sorry, nicht gesehen! Von Y! Ja, huckst du halt, Alter! Komm runter! Olaf, kommst du mit? Äh, ich helfe da nicht, tut mir leid! Ich helfe dir da nicht, Alter! Hm, ich bräuchte mal Hilfe, geht aber nicht! Danke! wie macht mir so gehen wir doch in den sack gut vielleicht war jetzt sowas von unnötig hier ist glaube ich ja das auge dass du ja das auge dass du über den kopf was weil das wie kommt von oben dass du wort entdecken kannst ach so Achtung dran, Beck, 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 Beck. Katharina ist auch da. Beckinger, 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 Beckinger. Wir müssen mal kurz einkaufen gehen. fast 3000 Gold jetzt läuft der Hase lass uns rumballern ok gerne, Jinx endlich machte man eine gute hook dieser ja, ist so ist dein erster guter hook glaube ich in dem ganzen Match ähm diese Ulti so fail Mitte sind drei ich komm Mitte ich komm auch alle Katharina, oh fuck, den kann ich nicht alleine machen die macht mich nein, hast du das gesehen oh da musst du dich mal ganz schön weg, Alter die sind noch zwei Alistair kommt auch noch oben, also sind sie wahrscheinlich hier irgendwo das ist so wie Katharina, oder? als erstes ja, ja, die Y charge ich das sowieso drüber ja, das ist alles genau ja, das ist alles genau ja, komm ich mal weg okay, so langsam vielleicht ein bisschen ich glaube hinterher rein ist jetzt schon ein Schwachsinn, ne? ja in der Tat ich hab Hunger hast du einen Backofen schon angemacht? okay okay boah, ein, Toplen Teleport ja hm 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 Dich w writer h am 아� der gleich dre he G mit und st Fickt euch, V ist bestimmt wieder hier Nee, V ist hier Oh, der Tower ist ja down War auch mutig von mir Was hab ich für Stats? 2-2, das geht ja sogar Ich hab gedacht, ich stehe irgendwie 2-8 oder so Ich bin 8-2 Ob ich eigentlich wenig helfen Tja, der Piss dich So, darf ich nicht weggehen Ja, Olaf muss top eigentlich Unten sind sie 3, zu dritt Ja, dann bleib unten Unten sind sie 3 Ja, der Dings, Katharina ist wieder unterwegs in die Mitte und der Ech auch Und, äh, Dings auch Push unten aus Ich komm bestimmt jetzt nicht Fuck nur Sittmitte Ja, klar Äh, ist es wie bei euch? Ja, Y ist hier, ja Flash, Ulti Naja, egal Ja, und ich lauf nur noch rein Jopp, Alter, ich war schuld Ich würd sterben Ich würd sterben Wenn ich es mir da oben 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 den Haupt ist Und auch nicht So, das war ein leichter Throw Oh oh In die Base, Kilian Wuh Ähm, ja Da ist Tower Down Und so Mit Mh, okay Kann man mit Gut, geht rauf, geht rauf, geht rauf, geht rauf Ah doch, weiter, weiter, weiter Achse einsammeln und weiter Weiße Wie, wie, wie weit geht die, geht die Ulti von Dings? Squad Arena, ne? Upsa Hm? Astro, Achtung, die haben Mach das denn Nice hook, danke Jetzt hab ich das erste Gecheckt, was du da Damit meintest Ja, mein Tower ist jetzt zwar down da oben, aber Ja egal, wir müssen, dann müssen wir hier pushen dafür Wir sind zu fünft Auf gehts noch Oh Weiter Aaaaaaah Nein Auf den Tower, ja Gib mir weg Ja, ja Ja, oben hast du nicht, einer reicht Haben noch 2 Sekunden, eh... Boah das sind die 댓 limer lang Hm, ughh Tja egal, weg Review Teil 1, wir fangen, wir fangen mit ab Schreibt sie vor, also, warte mal, der Blitz ist gar nicht bei uns Ja, ne, die wird wahrscheinlich in irgendeinem Gebüsch drin sein Dann gehen wir in den Gebüsch abgucken Ist zu spät Hier irgendwo, da war der ganz... Katharina, ja Der Ash kommt auch da Ich mach hier rein Mach da rein Was machst du denn? Nehmen wir... Olaf? Ne, nicht da Wenn du... Oh, so schlecht Hab sie alle Dann drauf, 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 sie sind gespillet Ich sehe einfach gar nichts, Alter Ja, ich hab einfach nichts gesehen Oh, fuck, wie schlecht Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich Da hab ich mir so... Ja, okay, wenn die jetzt ein Messer wirft und dann den Tag zuspringt, dann ist sie auch schnell wieder weg Waren wir jetzt zerstauen? Olaf? Keine Ahnung Ich hab alles drauf gehauen, was ging Ich hab gar nichts gesehen, ich hab einfach Dämpchen gekriegt und war tot Oh, du standest sowieso mitten im Brück, das war scheiße Ich wollte ja rauslaufen, aber ich war gestunt Ja Ich konnte ja nichts machen, ich wollte ja rauslaufen Meins Die gehen barren, glaub ich Ja Hm Ich bin auf dem Weg Nee Aber die wollen ihn machen Nee, ich glaub nicht Ja, Katharina hat uns schwer gefressen, also ist gut Boah, hat's keine Ahnung Guck hier seinen Grab bitte an Was soll das für ein Grab sein? Soll ich mal verpissen Alter Glaub, wir müssen zurück Wir müssen Brauchst du Hä So mit mir? Fragst du mich jetzt ehrlich, ob ich hier rauskomme? Ja, das hab ich echt gefragt Also Dingens ist am Suchen nach dir Was? Müsste aber eigentlich rechtzeitig Katharina mit Alistair Ganz schön Einkaufen gehen dann gehe ich runter Na Ah, mich Ja Auf der Botlane Ich bin auf der Weg Schaff mir nicht Fuck Ja ich hab keinen Jetzt könntest du grabben zum Beispiel Von mir weg Du Arschloch Ich wollte auch gerade zum Kill ansetzen Schön Ich hab's noch weiter gemacht Drag eigentlich Danach Drag Bei der Baron 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 Er lebt davon denn noch Das ist ja Ja Riven 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 Ich hab vergessen, ey, ich geh zu den ganzen... Lanes-Drag Also, Dug ist top und du hast Teleport, ne? Ich hab Teleport, ja Ja, dann schnell drag, dann back, also dann pushen, dann die Lanes auspushen, meine ich Ja, ich brauch da mal ein Wort, oder sowas Warum? Noch nicht? Was machst du denn? Was? Vergiss es Ja, okay, das vergessen wir jetzt besser Ich mein da eigentlich, dass du teleportest, wenn was sein sollte Oh oh! Ich muss mich zurückporten und geh dann hier hin Achtung, Katharina ist hier, ja, schön GG, das war der Win Wenn wir jetzt gut durchpushen Mitte oder einfach durch? Mitte pushen Noch zwei Stück? Ja, einfach die Minions und Jinx, denen die Tower machen lassen Ich bin auf dem Weg Wenn, wenn Blitzcrank ein bisschen was ihm hin hätte Hätte, hätte er jetzt nämlich Y rausgegrappt So hab ich denn... Next Tower Und noch Inhip und dann schnell back Jetzt back Blitz stirbt Das ist mir egal Hier ist noch der Tower Hier ist noch der Tower Backpack, ich wollte nur... Weiter laufen, schön weiter laufen Stehen bleiben Greif mich an, mich in meinem Armee Ich brauche dich Hilfe Ich komme Nein, Katarina nicht zu mir Nice ulti Ich bin auf meinem Weg Ich bin auf meinem Weg Waaaaaah Und noch mehr vor, lauter, lauter Nur, du musst dir die Tops durch Ich bin genug tot Na, zwei ich bin eng aber ich hoffe ja so ein hau hammer hat das angriffstempo alter dann macht den tor dann hau den tor um die da sind ist der tor down bei dir jetzt weg gibst du oder 50 ja ich muss irgendwie mit den fähigkeiten noch ein bisschen mehr klar kommen aber bis jetzt geht schon ganz gut dieser crap er grab den halt die kinder auch in meine immer in meinen spiel es endlich mal gut man bringt zu ende so dann er ja ben ja und der wird wieder immer sein wenn ihr euch nicht alle macht dann ist es gelbe geworden der was will der supporter bg well played schluck blödes jawoll hat mal kurz so ausgezählt als würden wir das tatsächlich wieder verlieren ja ja